Ich saß auf einem Gemälde, das im Kaiserfall entstellte. Doch auf dem Bild war kein Schmutz. Der Kaiser trug einen Sackschutz. Er lächelte mich an in Farbe. Und ich dachte nur, die Larve. Was will er mit dem Sackschutz? Pack den Weg in Sackschutz. Er hatte kein Amst vor Dritten. Eher vor den Schritten von reifen Frauen. Das soll er seinem Arzt vertrauen. Der Kaiser steht auf Mädchen, auf Hänsel und auf Gretchen. Hauptsache, Junge und Unerfahren. Sonst ist er nicht imstande, sich zu paren. Ich saß auf einem Gemälde, das im Kaiserfall entstellte. Doch auf dem Bild war kein Schmutz. Der Kaiser trug einen Sackschutz. Er lächelte mich an in Farbe. Und ich dachte nur, die Larve. Was will er mit dem Sackschutz? Pack den Weg in Sackschutz. Ich saß auf einem Gemälde, das im Kaiserfall entstellte. Doch auf dem Bild war kein Schmutz. Der Kaiser trug einen Sackschutz. Er lächelte mich an in Farbe. Und ich dachte nur, die Larve. Was will er mit dem Sackschutz? Pack den Weg in Sackschutz. Der Kaiser, der hat immer Sex. Das geht so lang, bis er verreckt. Er will nur noch das eine wissen. Und das quält ihn wie das Pissen. Er möchte schnell zu seinem Arzt. Das kostet ein paar Mark. Dann holt er sich die nächste Frau. Hauptsache, sie ist noch jungfrau. Ich saß auf einem Gemälde, das im Kaiserfall entstellte. Doch auf dem Bild war kein Schmutz. Der Kaiser trug einen Sackschutz. Er lächelte mich an in Farbe. Und ich dachte nur, die Larve. Was will er mit dem Sackschutz? Pack den Weg in Sackschutz. Ich saß auf einem Gemälde, das im Kaiserfall entstellte. Doch auf dem Bild war kein Schmutz. Der Kaiser trug einen Sackschutz. Er lächelte mich an in Farbe. Und ich dachte nur, die Larve. Was will er mit dem Sackschutz? Pack den Weg in Sackschutz.